Musik Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge UseX Mankind Divided Ja, ich wollte sagen, weiter geht's Ich hab mich hier schon ein bisschen umgeschaut Hab in einer neuen Credit Chip gefunden Ansonsten war hier eigentlich nichts vieles los Aber ich hab hier noch eine schöne Tür gefunden Die werden wir jetzt hier mal probieren zu hacken Wenn hier schön ist Stufe 1, ja, das sollte Das sollte klappen Wir machen mal den hier Verkehrt ist sicherlich nicht das Okay, hier Das klappt nicht Nochmal Okay, hier, dann hier, hier Okay, verstärken mal hier Das hier Dann hier verstärken Das hier Das hier Und die Wow Ups Die haben mich gesehen, so wie es ausschaut Ja, machen wir gleich nochmal Wenn wir uns etwas beeilen, sollte es ja klappen Hier den Dann den Verstärken Und den Den Verstärken Und den Wups Lohnt sich das überhaupt Schauen wir mal schnell rein No Inhalt Ah, hier ist eine Leiter Okay Okay, ich habe eine Idee Wir gehen von oben rein Da müssen wir es nicht hacken Das machen wir so Na Okay Wir müssen ja eh hier rauf Was ist das für ein Geruch? Wiedel tut grüße, Blatt Derivieren Okay, okay Wenn hier alles so schön ist Boah, Alter Es leckt gerade Aha, hier könnten wir die Wand durchschlagen Wenn wir das könnten Tracker-Software Wir achten heute darauf Dondergewehr Okay Nehmen wir sonst nichts Den Kalibrator werden wir uns hier drüben holen dann Hier ist nur Toilette Hier ist ein Lüftungsschacht Aha Hier wäre man auch reingekommen So wie es aussieht Eigentlich will ich Komm nachher zu mir Ah, hier können wir runter Ja, genau Speichern mal Pistol-Munition Was nix hier noch Wird Kleine Leck Teuerungspfeile Schön Okay Gut, gut Gibt hier einen kleinen Cut wegen dem Lag Ich bin mir nicht sicher Ob die Aufnahme Schön rund läuft Wir sind gleich wieder da So, da sind wir schon wieder Und es geht weiter Den Kalibrator wollten wir Kalibrator wollten wir immer noch holen Da hinten Oh, der Taktisch-Rot Hier ist ein E-Book Und ich speier mal, kann ich die Oh Kein Plan Ich verstehe kein Wort Decker-Software Hier haben wir einige Bildschirme Hm Hier haben wir Crade-Chip Sind Ups Wollte ich gar nicht Ja Mir klar Oh, ein Waffenkoffer Safe Spinnt Ich speier nochmal Darf ich den aufmachen? Ups Das Hey, raus hier Haben sie mir glaube ich übel genommen Laden wir nochmal So Den Safe können wir mal Nee Ah, hier liegt der Kalibrator Der Typ müsste da mal verschwinden Damit wir Hier das Zeug nicht nehmen können Speichern mal Ja Schockgranate Die würde ich gerne mitnehmen Dafür lassen wir irgendwie irgendwas da Ein bisschen Wein oder so Jo Das da Ich sperre nochmal und hecke mal schnell hier das Terminal Hier 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 Haben wir Jo Sorgt dafür, dass es den Mädchen gut geht No Jetzt kommt er wieder rein In der Zwischenzeit Weiß nicht so genau Wir könnten den Typ eigentlich auch Lahmlegen Oder? Jo Den Tun wir mal hier hin Suchen den mal Nehmen seine Schrot mit Passt Können wir hier Aha Volver Munition Sehr schön Zubehörteile Können wir das mal So Hier ist noch ein Typ Der ist das aber Ich mache mal einen neuen Speicherslot Hier wäre noch interessant Den Computer zu hackern Schauen wir mal Jo Den hier verstärken Den hier holen Den hier holen Den hier holen Und dann Das da Okay Sehr gut Und Credits Die schalten wir mal aus Die auch Ah Mehr war hier nicht Okay Dann könnten wir sie anlassen Ach was Wie macht sie aus? Sie mögen Batterien haben Aber wir haben nichts Okay Dann würde ich sagen Nehmen wir mal den Kolib Kolib Kolibrador mit Ah hier ist noch PTA Ups Ah jetzt kommt die Meldung So Der Gascode Ist noch immer Aha Okay Kalibrator Okay Koller Ich habe ihren Neuroplastizitätskalibrator Sehr gut Ich werde sie für die Optimierung vormerken Sobald ich diesen Hausbesuch hinter mir habe Welchen Hausbesuch Ich habe da diesen anderen Kunden Der wartet nicht gern Ich auch nicht Koller Rufen sie mich an wenn sie bereit sind Okay Nice 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 Geistschlitzer Wow Das gab gut XP Okay Das Ding hack ich mir auch mal noch Ja Ja Erkennen Den noch Den hier Und den Ah und das hier noch Scheiße War zu schnell Lass Koller in Ruhe Äh Okay Code für Minilager Aha Und bei Jungs hingeschickt Ähm Richtig hat ein Ständerwings-Typ mit viel Wissen rum Glauben wir haben hier Glaub wir haben hier Das meiste Die Tunnel könnten mal gestrichen werden Was so interessant ist Was haben wir hier noch Noch eine Schrot Ein paar Credits Ich speichere mal hier was passiert wenn ich die Schrot nehme Nix Aha Hier wären wir auch noch rein oder raus gekommen Gut Hier waren wir Der Code fürs Lager da unten Ich seh mal Wirre mit den Gästen Du kannst nicht wegen jeder Hallo Ich bin keiner dieser netten Barkebe Der sich ihre Probleme anhören Ich geh spazieren Ich hab da noch PDA gesehen Die sollten wir uns noch holen Wenn man am Leben lässt, merkt er sich das und strengt sich beim nächsten... Da haben wir noch. Falschspieler zu schnappen. Außerdem habe ich das Anwendungspasswort. Ah, okay. Okay. Dann mal hier raus. Okay, 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 okay. Das heisst, die Quest ist abgeschlossen. Die nächste... Hier kriegen wir wahrscheinlich eine neue. Jo. Privater beschaffen, ja. Mhm, 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 mhm. Jo, 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 jo. Das heisst, als nächstes wäre interessant die Mission hier. Hier haben wir ja... Okay, okay, okay. Nehmen wir ein Praxis. Genau, passt. Dann mal hier raus. Hier raus durch den Gullideckel. Okay. Dann mal... Wohin? Drüben raus und rechts. Okay. Können wir hier wieder raus. Und hier lang. In diese Richtung. Schauen wir mal, wie es jetzt hier hauptquästenmässig weitergeht. Können wir auch rein. Ist hier irgendwas? Ein geheimer Zugang. Zubehörteile. Hier ist der Haupteingang. Wenn hier alles schön ist. Meine Güte. Hm. Mal speichern. Wie die Schubladen hier plünern dürfen. Jo. Dürfen wir. Wir müssen unbedingt zu dem einen Typen nochmal zu dem Verkäufer im ersten Gebiet. Ähm, die zwei Praxis-Kits kaufen. Unbedingt, weil jetzt hätten wir auch genug Kohle. Hier haben wir noch was. Aber hier gibt's nix. Gut. Hier war der Seiteneingang. Hier haben wir die Zubehörteile gefunden. Okay. Dann mal... Hier durch. Ähm... Story-Eintrag. Keycard. Cool. Ah, Story-Objekte. Cool, cool. Interesting. Wir machen die Tür mal zu. Zugangskarte. Alex, dieser Flüster-Schiff ist dir leicht zu verstecken. Du bist unterwegs zu TF29? Jetzt schon? Unsere Feinde schlafen nicht, während wir uns unsere Wunden lecken. Okay. Auf dem NSN-Motherboard muss ein Datenport sein. Greif darauf zu und dann Plug and Play. Oder in dem Fall Plug and Record. Verstanden. Ich melde mich, wenn's erledigt ist. Ohohoho. Verifiziert. Agent Adam Jensen. Die AGG. Warmer of all. Wir sprechen zusammen. CCT-CCT. Wir sprechen zusammen. Dank, Dank, Dank. Dank. Wow. Hier ist aber viel shit. Ich sollte mal speichern, bevor ich mich hier umsehe. Man weiß ja nie so genau, ob die einem das Übel nehmen. Was liegt denn da so schönes drin? Ein schönes Snipergewehr. Stufe 5. Autsch. Ian safe. Stufe 4. Autsch. Mal speichern, schauen, ob sich das lohnt. Hier rein zu gehen. Und wir mal... Okay, Gasgranaten. EMP-Granaten. Okay, Präzisionsgewehr-Munition. Scharfschützengewehr. Und Elektroschockpistole. Wir haben für nichts Platz, aber wir könnten zuerst nach Möglichkeit den Kram verkaufen, wenn es geht. Wenn hier irgendwo ein Händler wäre. Aber ob hier irgendwo ein Händler ist, glaube ich fast wieder nicht. Das ist dann natürlich doof. Aber hier sollte ich definitiv... Ich mache jetzt auch nochmal das hier aufschnell, nur zum Schauen. Na. Freischalten. Gasgranaten. EMP-Granate. Splittergranate. Okay. Ja. Ja. Weiß nicht, ob sich das komplett lohnt. Aber hier das Scharfschützengewehr... Wäre schon nice. Allein die Kohle, wenn wir das verkaufen würden. Falls... Und die Granaten hier unten ist schon auch nicht von schlechten Eltern. Das wäre schon in Ordnung. Hier könnten wir ein bisschen Kram wegwerfen. Das würde gehen. Wupp. Jo. Hier bin ich mir noch unsicher. Wir untersuchen das mal. Na. 60 Schaden. Und das hat 35 Schaden. Okay, das hat natürlich schon weniger, aber das hat natürlich... Das ist einfach ganz was anderes. So, es gab einen kleinen Cut. Und zwar, ich habe unser Inventar etwas geleert. Und da gleich auch den Silencer und das Holo-Visier gekauft. Somit werden wir jetzt hier einmal das Ganze hier anpassen. Und zwar hier einen Silencer drauf bringen. Permanent. Ja. Genau. Ich möchte hier einen Silencer drauf haben. Perfekt. Und das Holo. Anpassen können wir, glaube ich, hier drauf bauen. Jo. Holo-Visier. Ich weiß zwar nicht, ob wir die Waffe jemals überhaupt brauchen werden. Auf jeden Fall würde ich das gern hier anbringen. Jap, jap. Okay. Weil jetzt habe ich noch den Kram verkauft, den wir nicht brauchen. Ähm, ja. Was ich jetzt noch machen möchte... Ist... Speichern mal schnell noch. Ist hier. Das Ding aufmachen. Gasgranaten, EMP-Granaten. Ähm... Präzisionsgewehr-Munition. Ein Präzisionsgewehr. Elektroschock-Pistole. Jo. Sehr gut. Wir haben zwar nicht mehr viel Platz, aber ein bisschen Platz haben wir noch. Das können wir mal anpassen. Was könnte man hier drauf bauen? Okay. Ein Holo-Visier. Ja, da kann man... Ich war mir dann gemerkt auch, dass wir hier keinen Schallempfond drauf bauen können. Aber das Teil werden wir dann verkaufen für gutes Geld. Ähm. Ja, was ist eigentlich... Hä? Wieso ist das in so einer komischen Kiste? Imperanaten. Ach, sind das... Ist das Munition für einen Raketenwerfer oder sowas? Mit dem Granat-Worf verschossen werden? Ah, ja. Okay, die brauchen natürlich übelst viel Platz. Ja, vielleicht verkaufen wir die dann. Wenn wir den Platz brauchen. Gut. Gut, gut. So gefällt mir das schon viel besser. Alles klar. Kohle haben wir eigentlich gut. Genau. Wir haben immer noch genug Geld, ähm... Um uns die zwei Praxis-Quids dann zu kaufen. So, jetzt schauen wir uns hier nochmal schnell ein bisschen um. Können wir hier rein? Jupp. Mit einem echten Agenten wäre es vielleicht nicht gut. Ah, was haben wir denn hier schönes? Laptop. Synthetzkasten. Ja, und Stimpack. Neu. Aha. Hier sollten wir vielleicht reinhacken nach Möglichkeit. Hier haben wir sicherlich irgendwas zum Mitnehmen. Ein Agent hier. Wird. Macht der hier. Computer. Könnten wir hacken. Glaube ich, machen wir auch mal. Wir müssen hier und hier hin. Hier mal verstärken. Hier hacken. Hier. Ja, dann das. Und... Hier. Und hier. Kommen wir. Passt. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Hier ist echt nichts, was wir mitnehmen können. Oh, Stufe 3. Fuck. Da sollten wir... Ah, und da drinnen wir noch ein Safe oder sowas. Mhm, 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 mhm. Sollten wir uns merken. Ich sag immer, sollten wir uns so viele Sachen merken. Wahrscheinlich vergesse ich die halben Sachen wieder. Ja, gut, 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 gut. Hier noch. Hier ist nur Toilette. Gibt's wahrscheinlich nix. Hier liegt ne Zeitung rum. Schöss Ding. Oh, PDA. Okay. Mir leid. Bla, bla, bla. Kannst du auf die Hauptkonsole zugreifen? Hier, bitte was? Falsch abgeschickt. Zum Glück habe ich sie nur dir und dich angeschickt. Passwort, okay. Okay, wir haben ein Passwort erhalten. Sehr gut. Mal schauen, wo wir das Passwort dann einsetzen können. Ähm, ja. Für diese Folge soll es das aber wieder gewesen sein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, like und subscribe, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Und tschüss.